Du hast schon mal versucht, Minecraft so realistisch wie möglich aussehen zu lassen? Dann zeige ich dir heute Minecraft, wie du es wahrscheinlich noch nie gesehen hast. Viele von euch denken daher bestimmt an Shader, denn mit denen sieht Minecraft um einiges krasser aus, vor allem vom Licht her. Oder vielleicht denkt ihr an die Physics Mod, welche vor allem das Wasser einfach wunderschön darstellt. Aber ich habe da noch was viel besseres. Und zwar liegt es in dieser Kiste. Ah ne, warte, das ist nur ein Graph, welcher zeigt, dass fast 80% von euch nicht abonniert haben? Dann müsst ihr jetzt unbedingt abonnieren, denn ich habe für das, was jetzt kommt, 30€ ausgegeben. Auf dem ersten Blick sieht es aus wie Minecraft mit Shadern, aber irgendwas ist nicht ganz richtig. Denn wenn ihr was abbaut, sieht es so aus. Und wenn ihr die Türen aufmacht, sieht es so aus. Und wenn ihr einen Dorfbewohner zusammenhaut, sieht es etwas brutal aus. Aber irgendwie macht das Spaß. Und das hier nennt sich Teardown. Es ist zwar genau genommen kein Minecraft, aber ihr könnt es mit einer Mod so aussehen lassen. Und hier könnt ihr alles kaputt machen und sogar den Warden spawnen. Auch wenn dieser etwas goofy ist. Aber wie würdet ihr es finden, wenn Minecraft so aussehen würde?